Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Svenja, Inhouse Make-up Artist bei Amazingie und wir starten heute mit unserer ersten Episode von der Amazingie Make-up School. Mein erster Gast ist heute Marielle. Hi Marielle, schön, dass du da bist. Hi, I'm very happy to be here. Und hier bei der Amazingie Make-up School reden wir über das Thema Make-up und wir geben euch Tipps und Tricks und wir reden nicht nur darüber, sondern wir zeigen sie euch auch an meinem Gast. Und das erste Thema wird sein Schlupflieder. Viele von euch haben Schlupflieder und wahrscheinlich auch Probleme damit, die Schlupflieder schön zu schminken beziehungsweise zu kaschieren. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich ein Schlupflied? Und beim Schlupflied, wie zum Beispiel hier bei Marielle, ist meistens das bewegliche Lid kaum zu sehen oder gar nicht und die Lidfalte sitzt sehr tief. Wir haben also hier oben eine größere Fläche, die hervortritt und auch ein bisschen aufs Auge drückt und dadurch sieht meistens ein ungeschminktes Schlupflied eher müde aus als wach, weil das Auge nicht so offen wirkt. So Marielle, do you use eyeshadow? I actually don't because I don't know how to use it on my hood and eyes. Okay, ja, also wichtig zu wissen ist, wenn man Schlupflieder schminkt, dass alles, was wir an hellen Farben nehmen, nach vorne kommt. Das heißt, wir nutzen einen eher dunklen, neutralen Ton wie diesen hier zum Beispiel, um uns eine falsche Lidfalte zu kreieren oder aufzumalen und mehr Tiefe zu schaffen. Fürs Make-up fangen wir aber mit einem hellen Ton an. Das ist Cloud Nine von Care Weiss. Der passt gut zu Marielles Hautton, ist nicht super hell, aber hat einen schönen kühlen Unterton. Den tragen wir jetzt erstmal komplett auf dem beweglichen Lid auf und gucken dann, wenn Marielle die Augen auf hat bei geöffnetem Auge, wo sich ihre Augen auf, wo sich ihre Lidfalte befindet und gehen noch ein bisschen weiter darüber. Als Punkt, wo dann auch die Lidfalte hinkommt, kann man sich immer ganz gut den Augenknochen abtasten. Unter dem Augenbrauenbogen tastet man mit dem Finger und merkt, wo der Knochen ist. Und an der Stelle ist es eigentlich perfekt, die Lidfalte anzusetzen. Als dunklen Ton nehmen wir jetzt Wisdom von Care Weiss. Das ist ein schöner neutraler Ton, ist auch relativ matt. Und als Pinsel benutze ich den Ilia Pencil Nr. 2. Der ist relativ breit, aber hat eine flache, abgerundete Spitze. Damit können wir gut unsere Lidfalte erstmal vorzeichnen. Also wir tasten mit unserem Finger hier den Knochen ab und da, wo er aufhört, wo es dann sozusagen in die Augenhöhle geht, setzen wir ruhig bei geöffnetem Auge, mal gerade gucken, unsere imaginäre Lidfalte an. Und wir folgen jetzt dabei der eigentlichen Augenform, das auch natürlich aussieht. Wir fangen so in der Mitte an und arbeiten uns dann erst mal nach außen vor. Nicht ganz so weit nach außen. Wenn wir mich anschauen. Genau. Das Gleiche machen wir auf der anderen Seite. Oft ist es auch so bei Schlupflidern, wenn man die Augen, wenn man, wenn man blinzelt, dass sich das immer ein bisschen ändert. Also, dass mal die Lidfalte ein bisschen höher sitzt, mal ein bisschen tiefer. Das liegt einfach daran, dass insgesamt sehr viel Haut da ist. Wenn wir uns die Lidfalte aufzeichnen, müssen wir auch ein bisschen darauf achten, dass ungefähr in diesem Bereich, also im äußeren Drittel, ungefähr hier der mehr oder weniger höchste Punkt liegt. Das öffnet nochmal das Auge. Deswegen gucken wir, dass wir nicht zu früh abfallen mit der Lidfalte. Wenn ihr eure Lidfalte jetzt mehr oder weniger angezeichnet habt, zieht ihr euch hier ein bisschen mit dem Finger die Haut nach oben vom Auge und verbindet hier die äußere Ecke von eurer Lidfalte mit eurem äußeren Augenwinkel und nehmt dazu am besten den Pinsel jetzt die breite, flache Seite, tupft es hier ein bisschen so auf, zieht alles schön nach außen. Wichtig ist, dass die Haut gut gestrafft ist, damit nachher überall auch Farbe ist, Lidschatten, weil sonst kann es sein, dass sich das mehr oder weniger in den Falten absetzt und es nicht so gleichmäßig aussieht. Ich ziehe den Lidschatten jetzt nicht ganz bis in die Mitte. Erstmal, wir verblenden gleich noch. Okay, und dann ist es wichtig, dass ihr erstmal kontrolliert, ob beide Seiten ungefähr gleich sind von der Form und dann geht es ans Verblenden. Wir fangen einfach am äußeren Augenwinkel an und verblenden alles schön, dass es nicht komplett als harte Linie ist, sondern dass es einfach aussieht wie ein natürlicher weicher Schatten. Zum Verblenden benutze ich den Hero Crease and Blend Brush, 2.4 ist das. Der ist schön weich und breit, deswegen kann man super die Enden hier verblenden. Wir kontrollieren dann immer wieder, ob die Form auch passt und ob das schon perfekt so aussieht. Man kann sonst immer noch mal mit dem dunklen Ton reingehen und die Form korrigieren. Ihr seht jetzt, dass Marielles Augen schon viel größer wirken und viel wacher. Wir werden jetzt trotzdem noch an der unteren Wimpernkante auch noch ein bisschen von unserem dunklen Ton dazugeben, um das Auge auch noch nach unten ein bisschen zu öffnen. Dazu nehmen wir auch wieder die Spitze von unserem Ilia Brush, auch ungefähr von der Mitte bis zum äußeren Auge. Augenwinkel weich verblenden. Da es so ein schöner, neutraler Ton ist, soll das einfach auch nur ein bisschen aussehen wie ein leichter Schatten, der optisch das Auge größer wirken lässt. Wenn ihr besonders kleine Augen habt, wie ich zum Beispiel, dann braucht ihr auch mit dem Pinsel nicht direkt an den Wimpernkranz, an den unteren zu gehen, sondern könnt ruhig ein bisschen Platz lassen. Zu guter Letzt kann man auch noch mit dem hellen Lidschatten einfach hier im inneren Augenwinkel noch mal ein bisschen was dazugeben. Okay, und um den Look abzuschließen, nehmen wir natürlich auch ein bisschen Mascara. Mascara öffnet auch immer die Augen. Heute für Marielle nehme ich den Absolution Mascara. Und je nachdem, was ihr für einen Look haben wollt, könnt ihr natürlich die Farben auch durch andere ersetzen. Ich habe jetzt diese gewählt, um einfach nur zu zeigen, wie man mit hellen und dunklen Farben und durch Spiel von Licht eine Lidfalte kreieren kann und das Auge zu öffnen. Und natürlich werden wir auch noch ein bisschen die Augenbrauen nachziehen. Das ist immer ein schöner Rahmen für das Gesicht. Für die Augenbrauen nehme ich die Hero Wow Brow Pomade in der Farbe Medium und trage die auf mit dem Angled Brush auch von Hero 2.6. Die Wow Brow Pomade fixiert auch gleichzeitig die Haare, sodass alles an Ort und Stelle bleibt. Um den Look abzuschließen, nehmen wir jetzt noch ein bisschen Farbe auf die Lippen und die Wangen. Als Farbe habe ich ausgesucht den RMS Lip to Cheek in dem You. Den tupfen wir jetzt einfach nur ein bisschen auf die Lippen, einfach ein bisschen Frische zu geben. Der Ton passt zu unserem neutralen Augenmake-up. Das ist auch fast wie Marielles Lippenfarbe. Für einen so natürlichen Look ist es eigentlich auch immer schön, wenn man die gleiche Lippenfarbe auch auf den Wangen verwendet. Und fertig ist unser Look. Ich hoffe, euch hat unser Tutorial gefallen und ihr könnt die Tipps und Tricks selbst bei euch anwenden. Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, was ihr noch hier bei der Amazingly Make-up School sehen und hören wollt. Und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren. Alle Produkte, die ich verwende und die wir hier zeigen, könnt ihr bei amazingly.com bestellen. Und wenn ihr euch mal nicht sicher seid, ob eine Farbe passt oder nicht, könnt ihr auch unseren Sample Service nutzen. Alles weitere dazu findet ihr auf der Website. Außerdem haben wir noch unser Amazingly Magazine. Da findet ihr tolle spannende Artikel zum Thema Green Beauty, Nachhaltigkeit und Gesundheit. Und alle Links stehen unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!